3D-Line-Test zum Armin. Ach nochmal Golden Frick, wie oft muss ich den denn noch in den Arsch treten? Jetzt mal ernsthaft. Aber dafür habe ich einen Trick. Nein, was mache ich da? Anpassen? Ausrüstung? Nein, nicht Ausrüstung. So, hier rüste ich mich aus. Fähigkeit ändern. Wolfsahn, Brandy, Darenfaust. Obwohl, die ist ziemlich gut. Da muss ich aber noch eine andere Tuck reinhauen. Sphira Kaioken kam ja mehr. Die Gerechtigkeitskombination. Den Brandyb. Warum nicht? Gerecht. Die Wolfszahnfaust in Wama-Sodan. Gerechtigkeitssprint. Das brauche ich nur noch. Scouter ist zwar schön und gut. Aber da ich ein Schwert benutze. Obwohl, das zeigt durch den Umhang. Nee. Lass ich das mal so ratieren. Muss ich jetzt noch Voreinstellungen überarbeiten? Friesa greift die Erde an. Mal wieder, ne? Wir haben aber sonst noch einen neuen Charakter. Außer Dango-Freezer. Kommt da unten doch noch der Time-Patroller-Trunks hin. Aber es gibt noch zwei Gokus. Was mich wundert. Na. Da ist Son Goten. Okay. Ich habe mich schon gewundert, wo ist Goten eigentlich? Okay. Auf geht's. Mit... Zwei Vegetas. I will show you the true power of a Saiyan. Kuckuck Immobilität besser. Er ist mein Trainer. Kann ich den mitnehmen. Fällt mir ein, ich könnte mal hier bearbeiten. Und mal den Streaming-Titel bearbeiten. So. Dann sieht man mich auch im Dragonwalk Xenoverse 2 Streaming. You do know what will happen if you fight poorly, right? Frieszer. Very well. Kakarot won't get a chance. Ha 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 ha. Your jokes. They were never funny. Frieszer. Very well. Kakarot won't get a chance. Ha 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 ha. They were never funny. Oh wow. Oh wow. Hmph. It seems my power wasn't needed. Das war's für heute. Feuer! Mann, ich bin das getroffen, Herr Poey! Alter, kannst du mal aufhören, Oma? Oh, come on! Alter, was geht mit dem Fall? Was ist mit dem Gitter los? Ach, mach ich. Hey, your power's waning! Back out before you die! Nah! Darn it! This can't be! Noooo! Ah, kick me! Too speed, fuck! Ich fass uns jedes Mal, das klappt nicht! Ja, jetzt hat er sich in die Golden Form verwandelt. Ja, Freezer, was jetzt? Du weakling! They'll find I'm not as naiv as a certain Saiyan moron! Oh, shit! Ach, ich bin so stark! Scheiß auf die dritte Faust! Was ist mit mir? Hm... 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 Da bin ich ein Telefon, der weiß Prüscher. Ich bin so stark! Naaah! Ich bin so stark! Hm... Zack! Ich setze sie einfach mal an, das heim. Nein! Diese Attacke ist wirklich unglaublich stark. Oh! Wie kann man die K.O.C.C. bekommen? Nicht schlecht. Oh, das waren alle? Aber ich guck mal, ob ich die eine Parallelquest finde. Suchen. Keine Quest auswählen. Die 75 war's, ne? Keine Quest auswählen. Und dann gucken wir mal, ob wir die 75 finden. Irgendwie ja nicht. Aber ich habe ja jetzt ein neues ausgerüstet. Vielleicht schaffe ich's ja jetzt. Versuchen wir's nochmal. Weil die Gerechtigkeits-Kombo, die scheint ziemlich gut zu sein. Und ich finde, das ist die perfekte Rüstung fürs Finale. Nur die Frage ist, wen nehmen wir dann als, äh, Bauten ist jemand. Das habe ich grad genau gesehen. Nur die Frage, wie nehme ich dann, wenn es wirklich wieder sowas gibt wie eine Statue, oder doch nicht? eine Statue gibt in der nächsten Stadt. Von einem Helden aus diesem Teil. Dann muss ich mal gucken, welche Rüstung ich nehme. Von der... Da war doch grad ein Fragezeichen. Ich hab's doch genau gesehen. Du Fragezeichen? Du Fragezeichen? Nee. Okay. Slug auch nicht. Dann habe ich mich verguckt. Okay, fliegen wir weiter. Der Spalt da oben. Der ist neu. Machen wir erstmal den Spalt hier. Das ist die Nummer 7. Rückkehr des Getty-Sterns. Kann man Todes-Meteor erlernen? Ich mach das natürlich offline. Ich mach das auch mit der Kombination, die ich gerade hab, weil... Ich glaube, die scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Die Nummer 7 ist aufgetaucht. Mich wundert, dass momentan noch keiner meiner, äh... Freunde, Bekannten streamt. Nicht alle, die ich, äh... Bei denen ich in Szene bin. Das sind dann nur nicht meine Freunde. Alter! Was habt ihr denn davon leistet? Die ist ja lila! Was? So angeneist der die auch gern. Das sind dann! Okay, ihr seid dann! Ich kann es ja gerne versuchen. Ich komme nicht an den Rand. Ich kann meine Röse nicht mehr entzünden. Er kriegt viel zu viel Schläge vom Aushalt. Gerade jetzt hatte ich die Möglichkeit. Ich habe einen Ulti gegen ihn. Also meine Rachenfaust. Oh mein, ich versuche sie mal wieder. Ja, der wird da. Ja, und dann teleportiert er sie. Ich habe doch keine Chance. Nein, lass uns. Ich habe doch keine Chance. Ich habe doch keine Chance. Oh... Wir haben versagt. Krass. Schlägerlein reichen nicht. Alter, wie wenig Zeit hat man da? Das war jetzt krass. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Auf einmal war die Zeit weg. Wir haben den falschen Charakter dafür. Nochmal offline versuchen. Also zeitlich gesehen ist das echt schwer. Nun muss ich die nehmen. Die kann nämlich wenigstens Final Flashen. Und das müssen wir hier auch. Denn die Zeit ist viel zu knapp. Drei Minuten. Und das bei so einer Leiste. Also. Das ist eine kleine Musik. Das ist das Kierkir. Das war's für heute. Oh, du denkst, Sarah, aber jetzt sind wir schon da Brocken. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Warum kann ich da nicht? Ach, das Tor kann nicht mehr passieren. Oh Mann, ich treffe auch nicht! Ach komm, nee, vergesst es. Klappt nicht. Nee, das kann man knicken zu 6. Da prügelt einer den anderen hin und her und wie will man da treffen.